Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin's wieder, euer HeadBenjamin und ihr seid hier bei einem weiteren Part meines Resident Evil 5 Let's Plays im Korb mit meinem Bruder. Ja! Da sind wir mal eben verwalten hier. Wir haben jetzt gesehen, dass wir auf dem Tanker angekommen sind. Ich muss mal eben gucken. Ich war da gerade tot, irgendwie halb. Okay. Ob wir da standen, also zumindest... Ja, dann nimm dir das Heilkraut mit hier und schmeiß es gleich ein. Ja, warte mal, ich bin mega voll. Mega. So, ich verkaufe mal eben hier. Ein bisschen die Brötchen. Oh, hier die Juwelen. Ach komm, wie viel wir hier weghauen können. Na weg. Weg. Also das Sniper will ich behalten. Ach, was machst du denn? Das Sniper will ich behalten. Ja, kannst du. Die Ptole auch. Jetzt wird die Frage, ob ich die Shotgun ablege oder den Magnum. Also ich hab hier noch ne Magnum. Auch ne Magnum. Ja, schau mal, ob die stärker ist. Also haben wir jetzt alles? Inventar. Ja, das ist die Magnum. Okay, du hast meine aber schon mal aufgewertet, ne? Aber die kann man noch mal in der Durchschlagskraft verbessern. Ja, musst du wissen. Ja, aber nicht, ey, da jetzt nochmal Punkte reinzuhauen. Also ich pack die einfach mal, ich pack die einfach mal weg. Was hab ich, äh, ah, warte mal. Pistollmunition. Ich kaufe mal eben, wir kaufen mal eben ein. So, ähm, auf jeden Fall, oh, guck mal, kugelsicherer Westen für uns. Sollen wir die anziehen? Ich hab keinen Platz. Aber wir haben sowieso keinen Platz, wo? Ja, guck mal, wir haben kugelsicherer und schutzsicherer Westen. Hm. Weißt du was? Ach, ich hab sowieso kaum was. Ich scheiß auf die Schrotflinte. Ich will lieber die Magnum mitnehmen. Okay, ich kaufe nochmal hier von zwei. Dann kannst du auch mal ne 20 Schuss haben. Schrot. Ja, das ist toll. Ähm, Säuregranaten waren scheiße, wo? Glaub ich, einmal Brandgranaten mit. So, sorry, dass das am Anfang jetzt immer so lange hier dauert, aber das muss sein. Ähm, Brandgranaten einmal hier rein. Ähm, einmal bitte hier hin. Okay, die hau ich mal eben hier raus. Ne, äh, warte. Achso, ja, die hab ich zu viel jetzt, wo? Ja, die sind von mir. 20 Schuss. Ja, aber ich würde auch gerne so'n Ding nochmal hier mitnehmen. Pistolenmunition, da kann ich die ja benutzen. Genau. Dann hau ich die mal eben. Entferne ich die? Äh, äh, war ich denn voll, voll geheilt? Also grad schon, ja. Nur ich nicht. Ja, dann nimm das Kraut eben mit, ja. Oder soll ich doch die Schrot mitnehmen, zur Sicherheit? Ist mir egal, nur wir müssen uns erstmal ein bisschen spulen, ja? Ja, komm, ich nehm die Schrot mit. Ja, Kapazität. Nur ich nehm dann halt keine Munition dafür mit. Ja, ich mach nur, ich mach mich nochmal hier. Mal, also... Boah, 400. Warte, dann mach ich meine mal eben volle Power. Kapazität. Keine Ahnung. 13, geht's noch höher? Noch ein, ja, komm. Jetzt dem Arf noch ein bisschen, was wolltest du noch haben? Ja, meine Pistole ist da unten drin. Die hier? Ne. Nein, sie machen nicht. So, ähm. Was wolltest du noch haben? Ja, mach Schaden hoch. Achso, das war noch gar nicht, okay. Ja, toll. Ja. Ja, dann mach mein... ...ne Magnum nochmal hier, wenn's geht. Komm mal hin. So, zack. Was wolltest du, Schaden, oder? Ja. So. 5.000, komm, nochmal. Perfekt. Vielleicht nochmal hier, oder geht das nochmal? 6.000, nö, geht auch nicht. Ja, ich denk mal, dann fangen wir an. Ja, du musst mal kurz... Ja, genau. Ähm, was sollen wir, was sollen wir noch irgendwas mitnehmen? Dann nehm ich eben das Kraut mit und heil dich. Jo. Ja? Ähm, wie viel Geld war noch über? 1.000. Kannst du da was beim Schniper machen? Weiß ich nicht. Ich glaub nicht für 1.000, vielleicht Kapazität. Doch hier. Ladegeschwindigkeit. Ja, mach einfach mal. Oder Kapazität. Hm? Äh, mach Kapazität. So, jetzt aber fertig machen. So, ich bin fertig. Jetzt geht's endlich weiter. Das hat ja jetzt gedauert. Alter, wieso bin ich so tot? Boah, du bist ja nicht nur... ...mal eben. Alter. Hm, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen komisch, äh, ausrüsten. Wow. Das hat jetzt echt viel geheilt. Ja, vielleicht findest du irgendwo noch ein Kraut da in den Kisten oder so. Ja, mal gucken. So, müssen wir mal eben gucken. Jetzt geht's auf jeden Fall so langsam dem Ende entgegen. Und danach kommen ja noch zwei DLCs, die werden wir auch noch machen. Ja, warte, ich muss mal gucken. Pistole, hab ich so viel? Ich soll sie jetzt vielleicht nicht vorrennen, ne? So viel, so viel... Ne, solltest du nicht. Aber warte mal. Okay, ja, snipern kannst du. Vielleicht wären kugelsichere Westen doch nicht so dumm gewesen. Ganz ehrlich mal. Ja. Weil die haben ja jetzt hier... ...alle die Ballermänner. Hä? So explodieren die alle. Oder schmeißt der da oben? Ne, der... Ja, der schmeißt einen da oben. Hier unten sind auch noch welche. Gott. Ich glaube, der ist weg da oben. Ja, die schmeißen. Kommt hier unten einer? Ja. Weg. Gebt er noch? Wo schmeißt du denn das? So oben. Ja, mach mal was. Ja, warte. Gegen den. Ne, der, der die Granaten da... Ja. Ey. Och. Jetzt kann ich dich auch gleich mitteilen. Der stirbt nicht. Ja, der hier auch nicht. Warte mal. Mein einziges Spray. Ja, ich hab da noch eins. Okay. So, jetzt sind wir auf jeden Fall alle geheilt. Versuch du den da mal irgendwie. Den da. Ich glaube, den kannst du nur an den... ...Armen treffen oder so. Ja, super ey. Wer hat uns denn jetzt getroffen? Das war er aber nicht. Jetzt ist... Hä? Hä? Okay, das verstehe ich jetzt schon wieder nicht, aber okay. Ja, das sieht jetzt schon mal wieder richtig scheiße aus, was wir hier fabriziert haben. Du! Ja, ich wieder. Ich glaube, hier geht's weiter, oder? Geh du mal unten lang da. Also nicht den Turm hochklettern. Das ist dann da hinten weiter. Oder warst du da schon? Und nix? Also, ne. Endgranaten. Toll. Ist nix. Und hier? Pistolenmuni, Snipermuni. Okay, okay. Ja, spring ruhig hier runter, ey. Wo müssen wir lang? Hier oder was? Ja. Okay. Oh nein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Komm her. Bude, bude, Hunde. Ich weiß. Hör, ich sterbe gerade. Äh, da kommen noch mehr. Bude, bude, das hier. Komm her. Das ist ein fetter. Ja, der wird jetzt auch drauf gehen. Versuch die Ba... Ach, mein Gott, bin ich schlicht gerade hier. Mach den mal kaputt. Hahaha. Magnum regelt. Ist tot. Lass der eine auch so dicken. Ja, der ist tot. Ja, super. Wir sind beide schon wieder tot hier, ey. Sie sind aber auch schlechte gerade. Ich weiß auch nicht. Hier kann man auch nochmal hoch. Magnum regelte. Ja, toll. So, okay. Jetzt haben wir wieder ein paar Prötteln. Ja, wir beginnen ja jetzt gerade wieder eine neue Session. Ist natürlich jetzt die perfekte Ausrede, weil man so verkackt hat. Okay, Money. Da ist noch ein Kraut. So, was haben wir hier? Gold. Gold. Und ich bin voll. Blendgranaten. Nee. Brauch ich nicht, hör. Schmeiß weg den Kack. Ja, im wahrsten Sinne, wo? Kann man hier wegschmeißen. Hier ist ein Mist weg. Vielleicht trifft es ja irgendein Ölpöle. Ist hier noch irgendwas? Nö. Hast du alles gelootet? Ja. Ja, jetzt müssen wir uns mal so ein bisschen vorsichtiger nach vorne wagen. Vielleicht mal mehr mit dem Sniper gucken. Ich bin schon ganz vor. Hunde, Hunde, Hunde. Komm her. Toll. Dürfen wir uns nicht treffen lassen. Am besten hier bei der Engstelle bleiben. Oh. Genau, helfe mal eben. Oh, der ist hinter dir da unten. Oh, oh, oh. War hinter dir. Okay. Pass auf, der ist da noch. Und ein Ölpöle. Ich glaube, ich nehme mal langsam wieder meine Pistole. Ach, die haben alle... Mach mal, ich nehme. Die haben alle schutzsichere Westen. Okay, die Töle... Der lebt immer noch, der Köter, bitte. Äh, die Töle kannst du mal treffen hier. Komm her. Ja, ist ja geil. So ein bisschen den Arschballern dem Vieh. Gegen Öre-Bürre-Köter. Pass auf. Der explodiert. Äh, der hat spart. Äh, 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 wie ging der denn nochmal? Auf die Beine oder so. Mach mal. Oder? Oder? Ja, und dann geht er, glaube ich, auch. Oh Gott, okay. Dann geht er auch. Oh Gott, äh. Hilfe mal, ey. Schieß den ab. Unten. Den Schwulzmann hier, ey. Schieß ihm ins Maul. Ja. Oh Gott, scheiße. Weg, 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 weg. Oh, 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 oh. Lauf. Der Geschwülz-Boy hier, ey. Der nervt voll. Oh, 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 oh. Jetzt schießen kaputt. Mach mit dem Magnum. Ist er weg? Das war die normale Pistole. Okay. Toll. So, ein bisschen Geld hat er. Ja, auf die müssen wir aufpassen, auf diese Krusten-Boys, ey. Okay, warte mal, warte mal, ein Kraut. Das kann ich, glaube ich, eben mischen. Sehr schön. Also eine große Heilung haben wir schon mal. Ja, das ist nur ein rotes. Wo? Willst du? Ja, okay, das bringt mir jetzt alleine nichts. Aber vielleicht ist hier noch etwas. Mal gucken, überall gucken, überall gucken. Ach, Gewehr, endlich. Okay, zack. Okay, Gewehr habe ich noch genug. Pumpgun lade ich mal immer nach. Das ist von immer so viel. Ja, Pumpgun, äh, okay. 50 Schuss mit den normalen. Jetzt geht es erstmal weiter. Was ist da oben? Ich habe 24 Magnum. Ja, sei froh. Wie kommt das denn? Jetzt lass das mal hier zwischen... Jetzt werden wir doch eh wieder getrennt, glaube ich, oder? Das fräse ich gerade nicht mehr. So gleich. Ich glaube, ich muss hier bleiben, oder? Nee, kann mitkommen. Oh, ein Kontrollpunkt. Da hinten sind Gisten. Ich gehe mal. Okay, mach mal. Ich glaube, hier kann man auch andere Sachen hochfahren. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Zwecklos. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Genau, selber auch hier. Ja. Okay, Schlüsselkarte. Jetzt erstmal hier hochklettern. So. Das ist... Hier fühle ich mich wenigstens schon mal ein bisschen wohler. Wenn ich irgendwo oben bin und nicht ganz auf dem Boden. Oder wie siehst du das? So. Ja. Das sieht schon mal sehr einlandend aus. Wer geht runter? Ich glaube, wenn wir jetzt hüpfen, dann geht die Party da unten los. Äh, warte mal. Jetzt gehe ich runter. Ich habe die Pump. Der wird dann gefangen, ne? Der ist da runter, geht der wird hin so eine... Ich habe die fangen. Ja, du kannst da drin aber nichts machen. Ja. Äh, ich habe keine Pump dran. Du hast aber den Sniper und Magnum. Ja, den Sniper ist aber leer fast. Was bitte? Ey, scheiße. Ich bin nur runtergehüpft. Oder werde automatisch ich hier mal gefangen. Oh, ein Spree. Äh. Scheiße. Ja, ich luge mal eben, ne? Du kannst mal helfen hier. Ja, die Kisten. Oh, Schrot. Ja, ich wollte mir vorhin gerade eine Schrot einpacken, aber ich konnte nichts mehr nehmen. Weil die Katze hingetriggert war. Ich habe ein Spree. Das ist gut. Ja, du kannst mal hier Snipern, wenn die Viecher kommen. Wenn irgendwelche Tölen. Weg da. Weil hinten liegt noch Schrot. Wenn ich mich jetzt beeile mit dem Nachladen. Kann ich hier genau noch aufnehmen. Okay, es war nur ein ranziger Schuss. Achso, da kommt einer. Hallo. Erst mal die Knie weg hier. Oh, die kannst du mal eben hier dehnen. Von hinten. Genau. Nein. Krust, Mann. Nicht die Kotkruste hier. Pass auf. Äh. Hinter dir ist alles frei. Da war der Schlüssel? Schrot. Ja, kannst du die mitnehmen? Warte, oder? Ne, ich komme da nicht dran. Muss ich dir die Schlüsselkarte... Ah, warte mal da oben. Ist noch einer drin. Den will ich. Der schmeißt was. Wo drin. Ja. Den will ich hier machen. Komm. Der echt explodiert, so lustig. Ähm, was muss ich denn jetzt hier machen? Ah, da. Alles klar. Und zack. Okay. Sonst lag hier nichts mehr rum? Ja, die Schrot hier bei mir drin. Ja, vielleicht... Kannst du das gewähren? Nee. Komm mal mit her zu mir. Warum? Was machst du? Wo? Gewährmonie geben, oder? Ich hab drei Sch... Oder bin ich voll? Nee. Könntest du es zu mir geben? Jetzt hast du... Die Gewährmonie zu... Ich hab jetzt die Schrot. Achso, du hast ja selber noch die Schrot, oder? Okay. Ja. Geh ich mal weiter. Ich nehm mal die Pumpkan. Ich glaub später, wenn du mich hier rauslässt, dann kommen hier bei mir Köter. Deswegen. Wär die gar nicht mal so verkehrt. Okay, die Schlüsselkarte hab ich benutzt. Jetzt ist nochmal ganz vorsichtig. Weil, wie gesagt, die Gegner sind jetzt gepanzert, haben Hunde, haben Schusswaffe. Also, das ist ne Überlegung, wer jetzt vielleicht sich ne Kugelsichere zukaufen kann. Ahnung. Äh, da kommen schon die Köter bei mir. Lass jetzt das Ding nicht hoch. Ich versuch dir jetzt mein Tier so irgendwie, wenn das geht. Ja, mach mal. Hätte ich mal früher... Genau. Das geht sogar. Das ist doch ein paar hier. So, nachladen. Oh, putt, 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 putt. Mach dir einfach easy kaputt. Dann kann ich hier nochmal ein bisschen gucken. Oh nein. Ja, ist doch scheißegal. Da kann er nichts machen. Doch. Ja, das ist dumm. Wenn er dich da treffen lässt. So. Oh Gott. Das war unfair. Magnum regelte. Hätte ich mal vorher hochgucken sollen hier, ne? So, wo ist dann rund? Ja, ich sehe es da unten. Ja, mach du mal den Köter da weg hier. Ja, ich will ja erst mal hochklettern. Der springt hier mal wie doof rum. Oh, da ist noch ein Ödübüdel. Ja, mach Ödübüdel. Oh, oh, oh. Weg mit dir. Ich muss mich mal eben hier verteidigen. Du kannst ihn mal eben da machen. So schwer sollte das ja nicht sein. Ist dir noch was leckeres? Kann ich aufmachen? Nein. Triffst du den nicht, oder was? Ja, der springt hier wie so ein doofer mal hin und her. Gerade. Ich gucke mal, ob ich den von hier oben kriegen könnte. Oh nein. Oh, oh. Junge. Ich muss den hier weggehalten. Ich hab so getroffen, ne? Ne, ich treffe den nicht. Ich verballere nur Munition. Jetzt mach den kaputt. Oder ich mache am besten das Tor auf. Junge. Hast du ihn weg? Jetzt stirbt. Die Pistole, ey. Jetzt geht das Tor auf. Warte, lass mir mit meinem Team nochmal nachfahren. Nix da. Jetzt gibt es dir Ärger hier. So. Ja, geh weg, hat's ihn. Magnum, noch mehr. Ach so, wir haben eine Brücke gebaut. Okay. Das darf erlaubt sein. Ich hab jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Äh, wir müssen irgendwo... Ich hab hier ein Kraut. Wir müssen irgendwo... Und ich hab noch ein Kraut. Und ein Spray. Das ist gut. Muss ich nach dir? Ja, wahrscheinlich. Warte mal, warte. Das Kraut lass ich mal für dich da stehen. Ich kann das... Wo bist du? Wo bist du? Da hoch. Hier hoch muss es? Ja. Wo ist das Kraut? Hier. Ja. Ich hab ein rotes. Kannst du das nehmen? Ich bin voll. Ja, dann komm mal eben zu mir. Ich bin im Kack Spree. Komm mal eben zu mir. So. Dicker, 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 dicker. Komm her, jetzt du Gülle, Mann, ey. Noch ein Dicker. Der wird weggedickt. Ja, warte. Ey, jetzt wollte ich grad auch mal was machen. Ja, die Magnum. Ich hab davon ja genug. So. Besser. 22 Schuss. Oh, die geben aber leckerchen. Also hier? Können wir jetzt ruhig weiter, oder was? Hier. Ich glaub, einer muss runter und dann die Dinger alle mal hochfahren lassen. Ja, warst du hier schon? Hast du hier schon geguckt? Weil da gibt's ja auch noch was. Ich... Ich bin nicht viel weiter gegangen. Da kann ich ja rüber. Ja, wir gucken ja erstmal noch hier. Ich kann hier auch irgendwo hin hüppen. Oh, ein Tresor. Ja, mach auf. 3000. Oh, die Dürbüdis kommen hier bei mir. Ja, ja, die schmeißen sie auch noch. Ich komm mal ganz feige zu dir gerannt, ne? Geh mal. Äh, da auf das Dingeln da. Hier in den Aufzug. Ja, mach hin, die kommen. Gut. Den musst du bei mir, glaub ich, auch machen. Nö. Junge, doch. Ich lute erst. Los. Das ist sehr bald hier. Ne, das geht nicht. Du musst das machen. Oh, oh. Irgendwie, ja, jetzt wo sie grad zu dir kommen, schade. Naja, wolltest du mich hier wieder tot überlassen, ne? Lohnt sich das? Ist Munition dabei. Der kommt hier hoch. Dann geht er wieder runter. Also ich hätte mir den Weg gespart. Ich glaube, das ist normale Pistole. Also du hast grad noch einen Schatz deine Ecke gefunden, ne? Ja, das war ein Goldbarren-Dinger, Alter. War 3000. Den wir aber tot haben, ja. Boah. Muss ich hier nicht mal, geil. Jetzt ist hier die Töne. Boots. Ja, so macht's man's am besten. Siehst du, ich rege. Guck mal, lecker Schrot. Ja, wenn ich, äh, soll ich mir die Pistole da unten noch starten? Dann musst du mich aber... Wieder hochschießen. ... nochmal hochfahren. Ja, klar. Warum nicht? Jetzt geh da runter. Muss ich doch wieder runterlassen, oder was? Ja. Ja, vorher bitte den Nüdelbüdel da wegmachen. Ja, der kommt ja eh zu dir. Da hat er mal Spaß. Trifft den gar nicht. Oh nein. Egal. Der explodiert einfach nur. Ich hab gleich kein Gewehr mehr, ne? Und bei deinem Hund? Oh, Hund, 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 Hund. Ich schieß das Ding gleich schnell hoch. Okay, da muss ich schon mal draufziehen. Wo ist denn das hier? Mach hin, ne? So. Ich weiß nicht, ob der hier auch hoch springen kann. So hoch? Ich weiß es nicht. Können wir da auch rüberhüpfen? Oder hier? Achso. Also sowieso dahin. Jetzt kann ich einmal noch hier nach hinten? Achso, da kommst du ja. Schieß mal, schieß mal, schieß mal. Noch einer. Da ist noch einer. Ja. Scheiße. Ich bin schlecht. Hä? Ja. Oh, nö, du büro und. Warte, der Heddy. Warte, ich hab ja noch die. Schrot. Jetzt ist zu schnell. Warte, sag jetzt aber. Noch nö, du büro und. Ja, der Heddy versucht. Der Heddy ist aber zu schlecht im Snipern. Ah! Ja, okay. Dann mach du mal bei dir da. Ich hab ja hier die Schrot, um die abzuhalten. Alte Saubacke. Toll, jetzt hab ich den hinter das Geländer gehauen. Magnum. Ja, mach mal hier. Noch eine. Alter. Da komm ich gar nicht hin. Alter, gut, dass ich die Magnum habe. So, jetzt sind wir ja gleich wieder zusammen. Dann müssen wir uns mal kurz so ein bisschen, äh, mal eben einen kleinen Cut setzen. Und ich hab auch wieder Magnum gefunden. Ja, super. Da lohnt sich der Scheiße. Sie ist Landgranate aber. Okay, da hinten wollte ich, da meine ich, wir müssen mich, äh, gerade gesehen in meine Richtung. Ja toll, was, sag mal, was, was machst du? Jetzt hab ich den dahinter geschossen. Der kommt dann irgendwie gar nicht hier wieder weg. Oh, und, äh, und ich komm nicht da ran. Oh Gott, ist das doof. Denn hier gibt's nämlich auch noch was. Hier gibt's nämlich noch die Leckerchen, glaub ich. Oder? Oh Gott. Ja, da konnte ich jetzt nix machen. Nee, ich, warte, helfe mal hier. Ja, ich bin auf dem Weg. Guck mal, dummes Viecher, ey. Wo bist du denn da? Ich dachte, vielleicht ist ja noch was. Den ficke ich weg. Komm her. Ja, so sieht's nämlich aus hier, Freundchen. Und wo bist du denn denn jetzt gekommen? Jetzt hab ich noch ein Tresor. Ja, wir, 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 ja, guck da auf die Karte, wo's, wo's blinkt. Da, ich, ich hör noch irgendwo was. Ja. Sollten uns auf jeden Fall gleich nochmal eben heilen. Ich denke mal, da vor der Tür machen wir auch einen kleinen Cut. Irgendwo ist ja noch ein Düdelbüdel. Ja, die Musik ist noch nicht weg. Warte mal. Ähm. Du hast noch ein grünes, oh? Na, ich benutze das mal. Bist du bei mir? Okay, dann weiter. Pistolenmonie wär mal nicht schlecht hier. Nein. So, ich glaube, hier geht's jetzt weiter, wenn wir gleich hier eine Tür aufbämsen. Das, da, machen wir jetzt aber mal eben einen kleinen Cut hier vor. Hab ich noch was? So. Ne. Ne, hier müssen wir rein. Ja, machen wir eben einen kleinen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht hier bei Resident Evil 5, dann seid im nächsten Part wieder mit dabei. Ich würd mich auf jeden Fall freuen. Bis dann, meine Freunde. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.